Was geht ab leute Zane ist wieder da mit den neuesten Infos aus dem Databook ViverCard. Und zwar das neue Paket beinhaltete die CP9, aber wie immer nach einem kurzen Intro. Ja an sich gibt es hier diesmal leider nicht allzu viele Informationen, die einzige wirklich gute Information ist, dass alle CP9 Agenten mittlerweile Haki beherrschen. Dies lässt den Schluss zu, dass alle CP9 Agenten weiterhin trainiert haben. Somit können wir davon ausgehen, dass neben Eki und Luchi auch die anderen mittlerweile Mitglieder der CP0 sind. Bis dato wissen wir, dass nur die Leute in der Marine bzw. die Cypherpol Mitglieder Rokushiki beherrschen, weil es denen von klein auf beigebracht wird. An sich nichts besonderes, aber wenn man sich mal überlegt beim Thema Haki oder andere Martial Art Stile die es gibt, wieso hat dies nur die Marine-Weltregierung und wieso lernen diese das überhaupt? Vielleicht hatte man diese Technik eingeführt um Haki zu countern. Vielleicht waren die Leute aus dem antiken Königreich damals die einzigen die Haki nutzen konnten. Und um diese Fähigkeit auszugleichen entwickelten sie Rokushiki. Mit Observationshaki kann man Angriffen ausweichen, mit dem Rüstungshaki seine Schläge verstärken sowie seine Defensive und mit dem Königshaki lässt man Gegner ohnmächtig werden. Weil die Weltregierung diese Fähigkeiten nicht erlernen konnte oder nicht wusste wie sie funktionieren, entwickelten sie möglicherweise Rokushiki um Haki zu countern. Insgesamt gibt es 7 Rokushiki Fähigkeiten und selbst diese könnte man parallel zu den Haki Arten sehen. Um das Observationshaki zu countern welches einem die Fähigkeit verleiht Attacken vorauszusehen entwickelten sie Gepo. Eine Fähigkeit selbst im Sprung nochmal von der Luft abzuspringen um so Attacken leichter auszuweichen. So wie Zoru um schneller zu sein und so eben Angriffen besser ausweichen zu können. Um das Rüstungshaki zu countern welches die Defensive und Offensive verstärkt entwickelten sie Tekai um ihre eigenen Körper zu härten, Shigan um ihre eigenen Angriffe stark zu machen und Rang Yaku um alles vernichtende Sturmangriffe auszuführen aus der Distanz. Somit wurden für jede der ersten 2 Haki Arten 3 Rokushiki Techniken entwickelt um diese zu countern. Dann bleibt noch das Königshaki welches Gegner ohnmächtig werden lässt oft dargestellt mit einer Art Druckwelle. Und sowas ähnliches gibt es auch beim Rokushiki und zwar die stärkste Rokushiki Technik das Roku Ogan, welches eine starke Schockwelle durch den Körper des Gegners jagt und diesen besiegt. Die stärkste Haki Fähigkeit gegen die stärkste Rokushiki Fähigkeit. Achja und T-Bone Schwert heißt Bambus. Wie haben euch die neuen Informationen gefallen? Was haltet ihr davon, dass das Rokushiki möglicherweise eine Art Counter gegen Haki ist? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich sehr über ein Like und ein Abonnement freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.